Musik Hallihallo Hallihallo Herzlich Willkommen auf David Getty Ich bin Berkay Ich bin David Und was machen wir heute Jungs? Wasserbomben Wasserbomben Wir machen heute Wasserbomben Und zwar die Wasserbomben Die innerhalb 60 Sekunden 100 Stück gefüllt werden Eine Minute Innerhalb einer Minute 60 Sekunden, das ist eine Minute 16 Sekunden Aufmachen Was ist da drin? Nur zwei Packungen In einer Packung haben wir drei Farben unseren Anschluss zum Wasserschlauch Und hier Und das ist der Anschluss Und das hier Und das hier Und das ist der Anschluss Na los geht's Ich 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 So klappt das aber nicht Oh Oh Berkay ist weiter voran Hallo, macht ihr schon Luftbomben? Wir brauchen aber Wasserbomben Berkay Berkay, was machst du? Wir platzen gleich So Jetzt füllen wir unsere Wasserbomben Interessant wie das geht Wir sind Wir suchen mouse Und dann trennen sie sich von alleine, wenn sie befüllt werden. Wenn sie sich zusammen verletzen, dann sind sie aus dem Ball. Bei diesen Ballen geht es jetzt Wasser. Sie müssen sich selbst trennen. Sie müssen sich selbst trennen. Sie müssen sich zusammen verletzen. Leute, was ist das interessant? David, interessant? Berkel, interessant? Ja. So viele Wasserbomben haben wir auf einmal. Und die müssen sich von alleine trennen. Und die sind hier schon alle zugemacht. Hier sind sie schon zugemacht. Ja, klar ist sie kalt. Und wann passiert es, dass sie sich trennen? Vielleicht so ein bisschen? Ja? Versuch mal. Das ist schwer, oder? Aber trennen sie sich noch nicht. Einer hat sich getrennt. Die erste Wasserbombe. Die erste Wasserbombe. Sie sind schon ab sofort angeschaut. Oh, 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 oh. Juhu. Es hat geklappt. Juhu. Einer hat sich gar nicht gelöst. Oh, oh. Und jetzt gibt es Dusche. Dann platzen die? Dann platzen die? Nein, die platzen nicht. Wir werden jetzt Wasserbomben-Schlag machen. Willst du Wasserbomben-Schlag machen? Ja. Ja, David. Oh, eine Dusche. Ja, wollen wir die anderen auch befüllen mit Wasser? Hallo. David, jetzt ist gut. Jetzt macht Berge. So, angeschlossen. Super. Wassermarsch. Wui. Hochziehen. Hey. All right. Juhu. Und wir haben sich alle getrennt. Wow. So. 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 Jetzt ist David dran. Jetzt sind die roten Wasserbomben dran. Oh, kalt. Echt? Echt? Nein. Nein, 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 nein. Oh, oh. So. Das mache ich. Wer will das machen? Abziehen? Ich. Ihr beiden zusammen. Hochheben. Juhu. Oh. So. Was haben wir jetzt? Gelb, blau, rot. Und jetzt kommt Grün. Jetzt kommt Grün. Jetzt kommt Grün. Nein, nein, nein. Nicht drücken. Nicht drücken. Nicht drücken. Einfach abwarten. Genau. 60 Sekunden. Das ist nicht so lang zu warten. Werke, jetzt bist du dran. Abziehen. Ui. Juhu. Juhu. Werke, du bist stark. Juhu. 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 Oh, oh. So ein Regen. Ah. Mama ist auch nass. Beide quatschen. Ah, Quatschkörper. Eine Wasserbombe macht Pipi. Sмотрите, was er macht. Da hat eine Dürrechen. Ah. Oh, oh. David auch. David auch. Juhu. Juhu. Werke, macht das Spaß? Ja. Aber gleich wird es noch mehr Spaß geben. Dann bald gibt es Wasserbomben-Schlag. David, lass das mal. Lass das doch. So. Ja? Genau. Und abwarten. Wohn. Voll. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020